Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen, mehr oder weniger Videoreihe bei mir. Und zwar möchte ich mich jetzt an einigen Hacking Challenges probieren, die vielleicht nicht unbedingt von mir sind, sondern vielleicht von anderen Leuten. Das heißt, ich weiß selber nicht, wie es funktioniert. Ich werde da auch selber, oder ich brauche da auch selber immer ein paar Stündchen, vielleicht auch länger, bis ich die Dinger gelöst habe. Manchmal auch einen vollen Tag, das ist echt krass. Aber die sind tatsächlich sehr, sehr geil und machen unfassbar viel Spaß, sich da reinzuhacken. Völlig legal, ihr könnt eure Hacking Skills üben. Warum gibt es sowas, oder wo gibt es sowas? Wir wollen mehr davor, ihr wollt ja immer mehr Hacking Challenges, ganz einfach. Wullenhab.com, das ist die Seite, auf der ich gerade bin, wie ihr hier oben sehen könnt. Da gibt es ganz, ganz viele Hacking Challenges. Und die könnt ihr euch quasi einfach runterladen und dann euch dran probieren. Und da kann quasi jeder seine eigenen Hacking Challenges hochladen. Die hier ist von Fatih Celik. Ich habe es höchstwahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, tut mir leid an der Stelle. Aber ja, kam auch erst am 9.3. raus und ich dachte mir, ich versuche mich da jetzt einfach mal dran. Und wollte euch das ankündigen und euch erstmal so zeigen, wie das geht. Ich werde die zukünftigen Hacking Challenges nur per Textpost ankündigen. Das heißt, ich werde auf YouTube, da kann man ja auch Textposts verfassen, werde ich ankündigen, hey Leute, ich werde mich jetzt an Hack in OS 1 probieren. Wenn ihr auch euch dran probieren wollt, dann probiert es jetzt und meine Lösung kommt in ein paar Tagen zum Beispiel. Und dann könnt ihr in dieser Zeit, in dieser, keine Ahnung, Woche oder sowas, muss ich mal gucken, wie lange ich das mache, könnt ihr euch an dieser Hacking Challenge probieren. Und danach kommt meine Lösung und ihr könnt, falls ihr nicht mehr weitergekommen seid, könnt ihr bei mir nachgucken und mich immer wieder pausieren, sodass ihr quasi selbst weiterprobieren könnt. Wenn ihr es selbst geschafft habt komplett, dann könnt ihr vielleicht bei mir zugucken und gucken, wie ich das gemacht habe und wie oder was ich da gemacht habe. Ich möchte euch jetzt nur kurz eine Mini-Einführung geben, was da so alles passiert. Also hier ist noch nicht die Lösung, keine Sorge, ihr habt nichts verpasst, aber die zukünftigen Hacking Challenges, die werde ich nur noch per Textpost ankündigen. Jetzt nur halt hier kurz, damit ihr Wullen habt, kennenlernt oder sowas, will ich das nur so machen. So, gehen wir weiter. Was könnt ihr hier, also wieso könnt ihr das einfach so probieren? Ich meine, wie kommt man da auf irgendwelche Seiten? Naja, ist relativ einfach eigentlich. Diese Challenges, die ihr hier runterladet, das sind tatsächlich Download Challenges. Da hat der Server null damit zu tun. Ihr habt dann am Ende eine virtuelle Maschine bei euch am Laufen. Und diese virtuelle Maschine, da müsst ihr reinkommen sozusagen. Ich zeige euch das ganz kurz mal, wie das bei HackNOS aussieht. Ihr habt hier einfach eine virtuelle Maschine, ihr seht, ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. Ich fange immer mit den Standard-Passwörtern an. Man könnte ja vielleicht, ne? Aber ja, ich habe hier auch noch nicht wirklich viel rumprobiert, muss ich noch machen. Aber ihr habt dann im Endeffekt eine virtuelle Maschine, das heißt quasi ein System, ein Linux-System in diesem Fall, muss nicht immer Linux sein, das bei euch auf dem Rechner läuft, aber völlig abgekapselt ist. Als wäre es irgendein anderer Rechner in eurem Netzwerk. Und das ist wunderbar zum Hacken, ja? Also da könnt ihr quasi machen, was ihr wollt. Und euch kann da eigentlich auch nichts passieren, will ich auch mal so dazu sagen, weil viele immer sagen, hey, ich habe Angst davor, vielleicht ist da ein Virus in der Datei, vielleicht macht der irgendwas mit mir. Nein, das ist eigentlich absolut komplett ungefährlich. Und ja, jetzt ganz kurz, wie könnt ihr dieses Ding runterladen? Das ist eigentlich relativ straightforward. Ihr habt hier einen Google Drive-Link, ne? Google Drive, da kann man Dateien runterladen, wer hätte es gedacht. Ihr habt hier den Mirror, der ist von Wulnhub gehostet. Den würde ich euch vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil Wulnhub ist natürlich eine Webseite, die, sagen wir mal, nicht so viel Traffic normalerweise erwartet. Das heißt, hier kann es dann passieren, dass wenn alle da drauf zugreifen, dass ihr dann halt den Server vielleicht, also es kostet den Server was. Deswegen nehme ich diesen Mirror eigentlich niemals. Ihr könnt den Google Drive-Link nehmen. Oder was noch viel cooler ist, ihr könnt das Torrent nehmen. Das heißt, ihr ladet euch sozusagen nur eine Mini-Datei runter und dann ladet ihr die Datei selbst von anderen Benutzern runter, stellt sie aber auch gleichzeitig anderen Nutzern wieder zur Verfügung. Das ist im Endeffekt, wie Torrent funktioniert. Könnt ihr euch gerne bei mir in der Netzwerktechnik-Playlist nochmal angucken. Torrents sind eigentlich sehr, sehr freundlich für Server und eigentlich auch für Nutzer, weil der Download-Speed ist da einfach unfassbar geil. Das mache ich immer. Und ja, da stellt man eben dann auch noch quasi die Gutmenschen-Variante, da stellt man auch noch anderen Leuten das Torrent zur Verfügung und entlastet den Server ein bisschen. Finde ich eigentlich immer eine coole Sache. Jetzt die Leute, die meinen, uh, Torrent ist illegal. Nein, ist es nicht, weil diese Datei hier wirklich legal quasi ist. Also da ist, ich kann die auch so runterladen, ja. Ist legal, die runterzuladen. Es ist dafür gedacht, sie runterzuladen. Aber hier kann ich eben einfach eine andere Art und Weise machen. Also Torrent nicht gleich illegal oder sowas. Ähm, gut. Was ihr dann bekommt, ist eine .over-Datei. Ähm, hier steht auch dabei, was es übrigens für eine Challenge ist. Also ist eher Beginner-Level-CTF-Vulnerable-Machine. Wobei ich jetzt die gar nicht so Beginner-Level fand. Also das, was die hier als Beginner-Level sehen, war bei uns bisher eigentlich eher die Advanced, ähm, Hacking-Challenge. Also es ist nicht so einfach. Ihr müsst schon ein bisschen was drauf haben. Dazu komme ich gleich. Ähm, und ja. Hier steht auch dabei, warum er das Ganze gemacht hat. Und dank an die drei hier. Ich werde ihren Namen nicht aussprechen, sonst beleidige ich jeden, der türkisch spricht. Ähm, und das wäre schade. Und dann steht hier noch eine kleine Notiz. Localhost is meant to be there. Ähm, das heißt, ihr habt da einen Localhost. Und ja, vielleicht könntet ihr da mal reingucken. So, hier sind da noch File-Information. Das heißt, wir haben eine .over-Datei. Sie ist 3,1 GB groß. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den MD5 oder den SHA-1-Hash überprüfen. Braucht ihr nicht machen. Ähm, und es ist ein Linux und eine virtuelle Maschine. Das bedeutet so viel wie, ähm, ihr könnt das Ding einfach bei euch laufen lassen. Über die Software Virtual Box. Das heißt, ihr werdet dann eine virtuelle Maschine haben, ähm, die dann sozusagen wirklich abgekapselt läuft. Habe ich ja schon erklärt. Wer jetzt nicht weiß, was Virtual Box ist, dem würde ich bitten, einfach meine Linux-Playlist findet ihr auf meinem Kanal anzugucken. Und dort wird euch dann alles erklärt, wie ihr sogar selbst eine virtuelle Maschine anlegt. Hier ist es noch viel einfacher. Ihr braucht nur Virtual Box zu installieren. Und anschließend einen Doppelklick hier auf Hack in OS zu machen. Und dann passiert eigentlich alles von selbst. Also einfach Doppelklicken und schon läuft das Ding. Super easy. Ähm, und dann habt ihr hier Operating System Linux. Das ist wichtig, weil ihr müsst ja wissen, was ihr quasi angreift. Ähm, in diesem Fall ist es ein Linux, wie wir hier schon gesehen haben. Es ist ein Ubuntu. Und das müsst ihr dann halt irgendwie angreifen. Hier unten steht noch ein bisschen was zu Networking. Ist in dem Fall jetzt eher uninteressant. Ähm, die IP-Adresse ist automatisch zugewiesen. Das heißt, ihr müsst erstmal noch die IP-Adresse rausfinden. Das ist dann unser erster Schritt in der Lösung auch. Und DHCP Service Enabled. Das brauchen wir jetzt aktuell nicht in dieser Challenge. Genau. Und so wird das dann einfach ablaufen. Ähm, ich wollte euch jetzt nur mal eine kurze Einleitung geben, wie man das macht. Und welche Challenge ich dann immer lösen werde. Das werde ich euch dann einfach posten. Und wie gesagt, Textpost, achtet da drauf. Gut, das war's von meiner Seite. Ähm, wir sehen uns in der Lösung wieder. Beziehungsweise wahrscheinlich in den Videos dazwischen. Hoffentlich zumindest. Und bis dahin würde ich euch empfehlen, einfach die ganzen Hacking-Playlists, die ich auf meinem Kanal habe, einfach mal durchzugucken. Ähm, vielleicht findet ihr da was Interessantes. Ähm, genau. Okay, cool. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.